Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute haben wir eine sehr schöne kleine Butterfly-Batterie von Skypaint bzw. bei FireEvent. FireEvent sollte euch alle ein Begriff sein von den FireEvent Böllern. Wir haben hier auf jeden Fall eine wunderschöne kleine Batterie. Sie wird beworben mit 100% kunststofffrei. Die Batterie an sich ist 100% kunststofffrei. Wir haben alles in Papier. Oben ist Papierabdeckung. Wir haben sogar eine Ersatz-Zündschnur. Wir haben hier ganze 19 Schuss auf 114 Gramm NEM. Der Umkarton liegt hier daneben, sprich es kommt in dieser wunderschönen Papierverpackung. Design-technisch muss ich sagen, sehr gut gelungen. Ich mag sie mal kurz rein, Moment. Also design-technisch muss ich sagen, ist diese Batterie sehr gut gelungen. Ich finde sie sieht sehr schön aus. Effekte-technisch habe ich mir noch kein Video angeguckt, weil ich lasse mich auch sie mal gerne selber überraschen. Und gekauft wurde sie übrigens bei Zündidee. Auch Zündidee ist unten komplett verlinkt. Zündidee ist aber ein reiner Abholshop. Also Zündidee bietet keine Lieferung bzw. keinen Versand an. Dennoch gehen wir jetzt raus zur Zündung der Butterfly. So, jetzt kommt die schöne Butterfly. Ich finde ja das Design ganz schön. Mal gucken, was die so drauf hat. So kostet das, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. 12 bis 14 Euro. Müssen wir nochmal schauen. Ui. So, das war's. Fand ich. Okay, aber naja. Preislich? Weiß ich nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. So, das war's.